Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, der Transfer Sommer wirft seinen Schatten voraus, Spieler wie Julian Weigel, Isco, Timo Werner oder Eden Asar, V.L. stehen womöglich vor einem Wechselurheberrechtsport. Sport1 Montage, Davina Kniege, Getty Images, Imago, 21. Februar 2019, 11 Uhr, 21 Megastars mit Wechselwunsch, unzufriedene Hochkaräter, umworbene Talente, der Transfer Sommer wird spannend und wirft Schatten voraus. Sport1 zeigt mögliche Top-Transfers. Sport1 zeigt mögliche Top-Transfers.